BR 2018 Da sind wir wieder, eure frechen Mädchen. Kathi, Hanna und ich, Mila. Nachdem über eine Million von euch den ersten Teil im Kino gesehen haben, sollt ihr endlich erfahren, wie es weitergeht. Ich bin so erniedrig. Sieht man, dass ich geheult habe? Geht. Unsere gute Frau Kleine ist krank. Ich habe die Vertretung. Und wenn jetzt bitte auch die Allerletzten den Bus besteigen würden. Scheiße. Diesmal geht es auf Klassenfahrt. Da können wir endlich mal alle Probleme zuhause lassen. Dachten wir zumindest. Das ist sozusagen Scheißhäusel. Wie eklig. Und wo duschen wir? Wenn du duschen willst, dann nimmst du einen Schlaf, oder? Boah, krass. Was für ein Assi. Hier waren wir nun, am Arsch der Welt. Der Willkür von zwei verrückten Lehrern ausgesetzt. Herrschaft, und jetzt zack ich, zack, zack, zack. Die Berge warten nicht. Sag mir, spielst du auf diesen... Alles okay bei dir? Ich liebe die Berge. Auch hier dreht sich alles um Liebe und Jungs. Und jetzt gehen die Probleme erst richtig los. Markus, würde nie was mit Vanessa anfangen. Sei doch nicht so eifersüchtig. Ich bin nie eifersüchtig, okay? Was machen Sie hier? Wir haben eine sehr komplexe und geplante Vorratshaltung. Jedes dieser Eier ist abgezählt. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie unsere Eier zählen. Raus! Ich lass mich nicht mehr los. Du verlässt mich doch sowieso irgendwann. Genau. Hä? Das ist eine Katastrophe. Ich muss mal aufs Klo. Seid ihr völlig bescheuert? Was? Ihr habt beide so tolle Freunde. Endlich aufzustreiten! Wenn du mit der befreundet bist, kannst du nicht mal meine Freundin sein. Könnt mich mal. Beide. Ich seh aus wie eine aufgeblasste Presswurst. Ganz schön zugenommen, Pummelchen. Nina, bist du da drin? Mach auf! Freche Mädchen 2. Nach der Buchreihe Freche Mädchen, Freche Bücher. Ich komm hier nicht raus. Demnächst im Kino.